Shiggy, hör auf, mit dem Finger auf mich zu zeigen. Steig jetzt in den Wagen, Beifahrersitz, und dann organisieren wir uns mal ein paar Gemälde. Soll ich noch ruhig sein dabei? Ja, ja, bitte. Guck mal, alle Spieler müssen im Stockade sein. Würdest du mich ein bisschen vorfahren und dann einen sammeln vielleicht? Ich fahr ein bisschen vor. Das ist aber nett von mir. So, gell? Da hat ein Penner irgendwie sein... Ja, haben wir mal wieder GTA-Problems. Also, die Idee ist, wir machen jetzt die dritte Variante. Das Casino heißt's. Schon ein paar Tage nach Weihnachten. Wir haben aggressiv gespielt, wir waren still und leise. Und jetzt machen wir einen riesen Schwindel, zu zweit. Und dann klauen wir die ganzen Gemälde. Die Bäuche sind voll. Bäuche sind voll, ja. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, du. Ja, ich weiß nicht. Da muss man sich dann schon still und leise verhalten. Meinst du so? Ja, genau, so ungefähr. Also, ich muss schon sagen, so steht man Gemälde, laut und aggressiv. Laut, aggressiv, aber nix mit Schwindeln, ne? Wir machen das zu zweit, dann fallen wir nicht so sehr auf, wie wenn da vier Leute reinmarschieren, ne? Ach so, genau, ja. Also, mal zehn, ne? Ja, das wird schon, das wird schon. Ja, das wird schon auf jeden Fall. Das wird nicht mal so behauptet. So. Die Lampe braucht ihr ja nicht mehr, oder? Die ist ja still und leise beseitigt. Na, das ist ja ein Riesenschwindel. Da darf man laut sein, da darf man leise sein. Ach, die Ampel, die hast du gar nicht umgefahren. Die ist da noch. Ja, ja. Ja, wir sind jetzt auf Gruppe sechs. So, jetzt schön still und leise. Das ist doch mal richtig lecker hier. Katzen, Katzen, na, 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 na. Wir feiern die Katzen. Wir feiern die Katzen immer. Das weißt du auch. Ja, ja, meine Katzen liegt gerade auf dem Sessel. Deine Katzen liegt auf dem Sessel. Ja, ja. Okay, oh, guck mal, warte, warte, wir sind drin. Das ist schon mal richtig schön. Darf du reinfahren? Wir haben das schon tausendmal gemacht. Dann würde ich sagen, wir kündigen uns an wie sonst auch. Wir kündigen uns an wie sonst auch, ja, genau. Oh, warte, mit deiner Verkleidung hast du Zugang zu besonderen Bereichen. Du kannst einigen Angestellten, Kreis und Kameras vorbeigehen, ohne die Wachen zu anden. Oh, das ist ja mal richtig schmackhaft. Ja, siehst du, riesen Schwindel, guck mal. Das ist ja mal richtig schmackhaft. Unsere VI-Nummer ist eins, zwei, drölf. Oh, wir müssen runter zum Tresorraum. Na gut, wenn er das so sagt. Fahr auf den Parkplatz. Ja, warte. Nicht rückwärts. Natürlich, Profis parken rückwärts ein. Du piepst dann aber. Hätte gesagt, wenn du rückwärts laufen solltest, mal wieder solltest du nicht piepsen. Aber ich mag das Piepsen. Guck mal, wie gut ich einparken kann. Wow, das ist immer richtig schmackhaft. Darf ich jetzt aussteigen? Nein, ich darf auch nicht aussteigen. Halt, du bist da nicht alt. Doch, guck, wir sind genau richtig. So, jetzt mach langsam. Okay, Aufzug. Aufzug, aufzug. Mach ihn auf, los. Ich versteh's nicht. Mach ihn auf. Jawohl. LL für Lieferanten. Luggage. Luggage. Soll ich jetzt schön langsam machen? Geh jetzt zu einem der Tastenfelder. Wir dürfen hier sogar noch reinlaufen. Wir dürfen hier rein. Ja, wir gehören dazu. Wir gehören dazu. Also, wir waren hier schon ein paar Mal. Aber halt. Yo, George. Was macht die Frau? Immer noch mit den Kindern. Immer noch mit den Kinderproblemen. Probleme. Jetzt. Freundlich sein. Hallo. Grüße dich. Richtig geil. Wie geht's dir so? Selte je. Ja. Was tust du? Ja. Ah, da vorne ist der Tresorraum. Das ist aber lieb. Dankeschön. Hicken links. Okay. 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 Wir ziehen gleichzeitig durch. Warte. Meiner will noch nicht. Wir ziehen gleichzeitig durch, ja. Warte. Und auf drei ziehen wir. Eins. Ja. Zwei. Drolf. Oh. Du hast Drolf gesagt. Hoho. Das hab ich schon durchgezogen. Wir dürfen rein. Warte. Was sagt er? Tschüss. Okay. Betritt die Schleuse. Das ist ja mal richtig geil, Alter. Als ob. Also bis jetzt läuft das halt ultra genial. Uh. Und deine Lasten. Überleg mal, wir sind jetzt innerhalb von ein paar Minuten da voll fresh reingerannt. Als ob und wir haben wahrscheinlich aast viel Zeit. Mach mal langsam. Hast du die Swords genommen? Warte, warte. Da ist eine Wache, aber die, das ist normal, sagt er. Warte, warte. Ich hatte aber noch nie eine Wache. Katzi. Mein Kätz. Wenn das so einfach ist, warum haben wir das immer aufgesprengt oder gebohrt? Nein. Nein. Ich bin schon immer böse gewesen. Du hast ihm ins Gesicht geschlagen, Mann. Wir haben einfach dreieinhalb Minuten Zeit. Geil. Ja, Mann. Los, schneid die Bilder raus. Schneid sie raus. Du musst Quatsch, hutsch das hier hacken. Ja, ey, wie Schwarzmann macht's möglich. Okay, warte. Der, 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 welcher ist es denn noch? Der. Äh. Überprüfung starten. Signal Match. Ja, das weiß ich. Hack Success. Ja, los, komm. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Drei Minuten nur. Los, 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 los. Lauf da rein. Komm schon, komm schon, komm schon. Das war falsch. Drücke E, um das Gemälde herauszuschneiden. Okay, was muss ich jetzt machen? D, um nach rechts zu schneiden. S, nach unten. Oh, ist das easy. Ja, voll gut. Läuft, Schwester. Los, sammelt's ein, sammelt's ein. Das ist die fette Mona Lisa, die ich gerade gerippt hab. Und so leise ohne Alarm, ey. Geht echt gut. Ich mach hier C und B auf. Und D, glaub ich, auch. Oh ja, hier sind einige. Das hier. Das nicht, das nicht. Das hier. Dann muss es das hier sein und das hier. Nein, 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 nein. Welches passt nicht? Äh, das hier muss es sein. Das hier muss es sein. What? Dann ist es das hier nicht. Sondern. Yeah, stop it. I got it. Damn. Ich check's nicht, ich check's nicht. Welches ist es? Ah, der da. Yes, Signal Match. Okay, ich hab die vier offen. Ja. Offen, 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 offen. Komm schon, Bruder. Komm schon. Lass mich rein. Okay, ich mach die hier auch noch auf, die D und die E. Und du kommst einfach rein und holst C und B, ja? Ja, mach ich. Wir haben noch eine Minute, das wird jetzt echt dünn. Komm schon, give it to me. Ja. Nein. Ja. Nein. Nein. Ja. Ja. Stell dir mal vor, das würde so einfach gehen. Jetzt stell dir vor, wir wären hier zu viert drin. Ja. Ich meine, es wäre zwar unheimlich unruhig, aber wir wären halt locker fertig. Ganz locker fertig. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Schneid's raus, schneid's raus, schneid's raus, schneid's raus, schneid's raus, Bruder. Ja, ich bin dabei, Alter. Okay, ich hab's, so, Arme. Nicht hängen. Komm schon, komm schon, komm schon, Lauf rüber zur E. Los, schneid's raus, schneid's raus, schneid's raus. Bist du an deinem letzten? Ja. Super, ich auch. Gas incoming. 10 Sekunden. Ich hopp's, ich hopp's, ich hopp's, ich hopp's, ich hopp's, ich hopp's. Ich hab recht. Ich bin gerade am zusammenrollen. Ja, ich auch, ich auch, ich lauf los. Nein, Alarm. Alarm ist nicht gut. Moven, 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 moven. Aber wir hatten, Alter, das hatten wir viel Zeit. Ja, das Problem ist, dass wir jetzt, glaube ich, nicht mehr lautlos rauskommen. Ja. Also man muss, glaube ich, raus bevor... Ich bin ready. Oh, sorry. Ich bin ready. Und los. Zack. Hopp. Jetzt. Gut. Nee, ich glaube, wenn du rausläufst, ohne dass der Alarm getriggert wurde, ja. Aber lass uns langsam machen. Kriegst du da nochmal was? Nein, ich glaube, dass... Also wenn du rausläufst ohne Nervengas, ja, dann triggerst du nicht den Alarm und kannst das... Das machen wir nächstes Mal. Wenn wir Diamanten klauen oder Gold. Aber Riesenschwindel ist es, ey. Riesenschwindel ist es. Okay. Jetzt lass uns schön langsam da raus, ja. Ich steh immer... Ich steh immer links. Ich steh links, du stehst rechts. Ja, weil wir ja jetzt nicht mehr anonym sind quasi. Mach langsam, ja. Ich steh links und ziel nach rechts, du stehst rechts und zielst nach links. Ich bin links und guck nach links. Ich bin rechts. Nehmen wir den oberen Tresorraum noch mit? Wenn wir den finden... Ja, dann nehmen wir den mit. Ja, wir sind eh gerade am rausflaschen. Dann nehmen wir den mit. Okay, dann läuf du langsam vor dahin, ja. Ja, wir müssen eh hier aus die... Wir nehmen die Treppe hoch. Was, Treppe hoch? Okay. Ja, ja, wir nehmen die Treppe hoch. Mhm, ich komm. Funktioniert ja auch. Okay, lauf du vor. Ich öffne dir einfach die Tür, okay? Oh, guck mal, sie haben uns eine Waffe hineingeschmuggelt. Ja? Steht da gerade bei mir. Ich öffne dir die Tür. Okay. Und... Dann kriegen wir das schon hin. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ich lauf rein. Okay. Achter, hinter dem könnte einer sein. Deck mich bitte, ich sammel ein. Ja, du musst die Tür alleine aufmachen dann. Okay, und jetzt gehen wir mit dem Aufzug aber weiter, oder? Ja. Können wir. Ich weiß es nicht. Du bist jetzt alleine gerade drin. Ja, ja, ja. Da ist auch gerade keiner rein. Ja, ja. Guck nur, dass du nicht jetzt irgendwie... Irgendwann durch drei Türen noch mal einen Haufen Geld verlierst. Ja, ich bin so lange im Begegner hier draußen. Ah, guck. Ja, dann gehen wir hoch und machen doch Dachterrasse. Ja, dann gehen wir hoch. Ja, ne? Ja, ja. Dann musst du aber zu mir kommen. Wo bist du? Du bist da rechts durchgelaufen, ne? Durch den Kontrollraum. Nee, links. Nee, von mir aus rechts. Von mir aus ist das rechts. Da, wo du vorhin auch die Tür aufgemacht hast, ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. Ich muss durch den Kontrollraum durchgelaufen und dann legen. Wie die Figur immer stehen bleibt, ey. Okay. Dann gehen wir hier zum Fahrstuhl. Ja, mach auf, mach auf, mach auf. Bin dabei, bin dabei. Okay, komm rein. Ist offen? Komm rein. Oh nein. Oh fuck, sorry. Hast du schon aktiviert, oder was? Ja, ich bin schon hochgefahren. Ja, ich komme sofort. Oh nein. Sag, wenn du draußen bist, dann steige ich ein. Ich bin draußen. Ja, er will nur noch nicht einsteigen. Ah doch, jetzt, okay. Okay, ich fahre hoch. Dann fängst du mich mit Champagner. Ich kämpfange dich mit Champagner. Okay, ich komme. Bitte was? Hier unten ist echt wenig, eh, hier oben ist echt wenig. Links, links, links. Achtung. Ja. Warte doch, da ist einer. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind gerade im. Cool. Können wir noch ein paar frischere Tücher mitnehmen? Warte mal, ich kann hier meine Schliffenkarte benutzen. Ja, aber die bringt uns ja nichts. Wir müssen ja nur noch da drüben hin. Ne, wir können hoch. Ich will da aber nicht hoch. Wir wollen doch nur da drüben zum Gelben. Ne, wir gehen jetzt hoch. Ach, willst du hoch? Okay. Ah, da kommt man doch gar nicht raus. Ja, ja. Ach, da kommt man raus. Komm, wir können hier Exit, Steph only. Ah, okay. Ich guck mal, wo es dahin geht. Sag mal, wer spricht denn da in unseren Heist rein? Wer kommt denn da auf einmal? Ist das die geheime Stimme? Bist du Lester? Lester, ja. Lester, sag mal hallo zu YouTube. Hallo YouTube. Scheiße, sorry. Du musst einfach in der Rolle des Lester bleiben, Molle. Ja, ihr müsst da lang. Guck mal, Lester sagt, wir müssen da lang. Selzy, komm, wir gehen hier raus. Was, bist du unten geblieben, oder? Ich bin oben geblieben. Ach, hä, wo ist denn oben? Sag mir, wo du bist. Komm, hier, gerade von diesem Gang. Komm, komm zu mir. Nach hinten, oder? Ja. Okay. Hier, komm. Hier können wir raus. Komm, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Hier ist alles gut. Ja, ein Ausgang. Shiggy, wir haben 2,3 fucking Millionen. 2,3 Millionen. So, komm, jetzt müssen wir die noch rausbringen. Und dann schieße ich auf... Hä? Hä? Cutscene, Cutscene. Ah, Cutscene. Komm schon, komm schon, Cutscene. Black Screen, Cutscene. Okay, es ist ein Ausgang, aber es ist, glaube ich, nicht das Dach gewesen. Doch, es ist irgendwo auf dem Dach. Meinst du? Ich sehe uns gleich irgendwo da unten stehen im Kreuz. Nein, es ist safe auf dem Dach. Meinst du? Okay, gut. Aber stopp, spring nicht ohne mich, bitte. Nein, wir laufen noch ein bisschen hoch. Komm mal mit. Okay. Lass uns doch erstmal die Aussicht genießen, ey. Ja. Wenn wir lang genug... Wir leben jetzt als Einsiedler hier oben im Gebüsch. Schön introvertiert auf dem Dach. Ja, und in 10 Jahren trauen wir uns dann wieder runter. Das ist ja mal richtig. So, warte, lass mich mal auf der Karte gucken, wo die stehen da drüben. Okay. Man sieht sie ja auf der Minimap. Ja, ja, aber ich würde sie gerne... Aber wir laufen jetzt noch kurz... Willst du echt noch ganz hoch, oder was? Ja, wir laufen jetzt noch. Okay, dann gehen wir ganz hoch. Haben wir nochmal einen Meter mehr, ja, das macht schon Sinn. Ja, dann können wir ein bisschen weiterspringen. Wir springen. Von der Grundidee her. Hier kannst du noch einen Fallschirm mitnehmen, wenn du noch keinen hast. Ich hatte einen scheinbar. Du hattest schon einen. Ja. Aber es ist ja ein Safety First, you know. Ja, vor allem bei mir Fallschirmprofi. Bei deinen Fallschirmkenntnissen. Ja, ja. Da ist noch einer für alle, die am ersten vorbei gelaufen sind. So, warte, lass mich das mal auf dich. Ich schaue mal kurz auf die Minimap. Ich muss dann noch nach hinten springen. Ja, warte, warte, warte. Hier springe ich noch nicht. Nee, lass uns da ganz runter. Ja. Du bist bei mir gerade da runtergebackt, ne? Nein, du bist hart gebackt gerade. So. So, warte, 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 warte. Hier springe ich. Jetzt, warte, lass uns mal eruieren. Stehen die da, wo wir auch das letzte Mal mit den Motorrädern raus sind? Ich weiß es nicht. Das kann ich dir gar nicht ganz ehrlich sagen. Ich denke aber schon. Doch, ja, sie stehen da. Sie stehen da. Die Frage ist nur, wie komme ich da am besten rein? Wir fahren ja nicht. Pass auf, du springst als erstes. Ich versuche einfach nur, ich, pass auf, ich versuche auf der Straße, die, also, wenn du jetzt auf die Straße guckst, ne? Diese Breite. Ich versuche einfach, in linke Richtung runterzukommen, ja? Alles klar. Cowabunga! Juhu! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich bin gelandet, ich bin immerhin gelandet, ich bin immerhin gelandet. Ich bin auch gelandet. Ich bin gleich beim Auto. Ich auch, ich auch, ich auch. Ich bin hinter dir. Das sind zwei Autos einfach. Ich bin so genial gelandet, alter, Riesenschwindel, das wird unser Ding, man. Echt? Da können wir alles. Das ist heute mal gut gelandet. Ich bin, also, no joke, schau's dir an. Ich nehm blau, ich nehm blau, ich nehm blau, ich nehm blau, ja! Lass uns rechts fahren. Lass uns wieder in diesen Tunnel rein, lass uns wieder dieses machen. Ja, hier, ja, ja. Ist das hier rechts? Ja, 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 ich seh's, ich seh's, ich seh's, das machen wir hier runter. Hier runter? Hier, hier, hier. Nein, hier. Hier runter. Ich hab den ganz kurzen genommen. So, und jetzt da rein? Ey, wir sind die Riesenschwindel, alter. Oh mein Gott. Was denn? Wärst du verfolgt? Ich kann's überschlagen. Ablenken, komm. Mein Auto ist so langsam. Ja, aber wir sind halt jetzt überversteckt, so. Also. Oh mein Gott, das driftet ja mal wie. Ja, ja. Mr. Bean lässt grüßen, ey. Aber richtig genial. So, und eigentlich, gucken wir mal, jetzt. Oh Mann, jetzt hab ich meinen Kaffee verschüttet. Nee. Aber wir sind schon, wir haben schon tickende Sterne. Ja, also es läuft echt gut, Freunde. YouTube. Riesenschwindel ist unser Ding, ey. Freunde, das wird so geil. Achtung, hier kommt jetzt gleich irgendwo Wasser. Ja, ja, das ist wie bei, wie bei diesem Film, The Italian Job. Weißt du, wir fahren mit den Minis durch die Kanalisation. Nein, ich bin bei, bei Oceans. Ach, das ist Oceans auch? Ist das nicht Italian Job? Nein. Ich meine, das ist irgendwie Oceans 11 oder so. Weiß ich nicht. Ja, da gibt es ja die ganzen Oceans Filme. Welcher Film ist denn das? Hallo, Lester, hier, das ist Deputy Italian Job. Oh, Lester, danke für den Hinweis. Oh. Ja, halt, halt. Ja, fahr nicht in mich rein. Doch. Lass uns in die Richtung, lass uns in die Richtung. Ich hänge auf der Kante. Lester, der schummelt. Bleib hier mal stehen. Ich nicht, ich fahr weiter. Ich wink dir ein bisschen. Hallo du, hallo du, ich wink dir zu. Und jetzt fahr ich in die Luft. Och Mann, das geht nicht, schade. Warum wolltest du mir nicht winken? Oh, guck mal, wir sind auf einem... Oh. Guck mal. Wo bist du denn? Selti. Hier kommt man wieder hoch. Hier ist so ein... Oh, hier können wir stehen bleiben. Linkt bei dir auch gerade die Sterne? Ja. Guck mal, der wird, der ist schon ganz nervös. Ja, ja, der wird schon ganz nervös, weil ich so viel hub. Ja, kommt schon. Das läuft dann weg. Hallo, ich hab ihn doch lieb. Wer, ihr verratet mich. Jungs. Jungs. Ich hab... Ich hab... Ich hab dich doch lieb. Auch nicht, aber... Die wollten mich verraten. Ich musste sie töten. Ja. Okay, man könnte sagen, es war kontraproduktiv für die Sterne. Also, ich hab ihn nur totgeschlagen. Wow. Naja, was ich eher meine, ist, meine Sterne blinken nicht mehr. Hey, ich hab ein ganzes nachweihnachtliche Lieben geschehen. So, lass uns mal jetzt... Lass uns mal jetzt ruhig bleiben, weil meine Sterne blinken nicht mehr. Ich muss mal hier wieder weg. Ja, meine blinken wieder. Ja, meine jetzt auch. Aber ich fahr trotzdem noch mal ein bisschen weg. Nein, bleib doch stehen. Ich muss dir was sagen. Ich will dir was geben. Okay, sag mir was. Ah, ich kann nicht... Steig mal aus. Steig mal aus, ich muss dir was sagen. Doch, steig mal aus. Nein. Sag's YouTube. Hihi, tschüss. Gibt mir mein Auto zurück. Nein. Das ist häss... Jetzt lass uns mal von den Bullen hier abhauen, bitte. Wir ziehen gerade diesen Raubüberfall unnötig in die Länge. Hör jetzt auf. Sind die hier drin? Weißt du das? Die sind hier drin. Das klingt zumindest so. Sorry, hoppla, ja. So, magst du mit mir jetzt einsteigen hier? Nein, ich mag deine Farbe nicht. Das ist okay. Ich mag meinen roten Flitzer viel, viel lieber. Ja, ich würde sagen, das war jetzt recht souverän da. Also... Also, vor allem verraten wir das auch nie. You know? Also, jetzt sollten wir halt keine Cops irgendwie über den Weg fahren. Ey, Lester, wir haben gerade unsere Sterne verloren. Ja, ja. Aber stimmt, jetzt noch mal hier rauskommen, das wird jetzt nochmal eine Herausforderung, ne? Ja, das geht jetzt eigentlich sehr, sehr süßig, glaube ich. Ja, hier sind wir gekommen, oder? Ja, vor allem links. Ja, von da sind wir, glaube ich, gekommen. Ja, ja, von hier sind wir gekommen. Oh, nein, 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 nein. Was, wieso ruft der immer Tequila? Ich mag kein Tequila. Wie gesagt, der ist blau, gefällt mir nicht. Ja, aber deswegen muss doch Lester nicht die ganze Zeit Tequila rufen. Gerade jetzt im Moment, da wäre doch eher sowas wie... Glühwein! Ja, gut, nur wer von uns ist jetzt trotzdem schneller draußen, hä? Das werden wir noch sehen. Juppie! Das werden wir noch sehen. Na dann. Das klären wir nachher bei einem Schnaps. Okay, aber nicht bei Tequila! Bei Tequila? Endlich raus aus dem Ding, Mann. Oh, ich hab wieder Sterne. Damn, ich auch. Wieso? Komm, wir hauen ab. Wieso haben wir wieder Sterne? Ich weiß es nicht. Ich check's nicht. Wir haben uns doch jetzt so gut versteckt, Mann. Oh, sie blinken wieder. Äh? Jetzt hab ich wieder welche. Ich check's nicht. Ich versteh's nicht. Ja, so ganz nachvollziehbar ist es nicht. Ja, ich guck gerade, wo ich da hinten rauskomme. Beach-Party. Ja, fahren wir hier raus. Diese Autos sind einfach nicht gemacht, um beschossen zu werden. Nee, überhaupt nicht. Ich fahr hintenrum bei der Rennbahn. Vielleicht werde ich da die Sterne nochmal los. Also, wenn irgendjemand weiß, wieso wir jetzt gerade wieder Sterne bekommen haben, lasst es mich wissen. Bitte in den Kommentaren. Oder auf SchülerVZ. Ich hab meine Tür verloren. Oder auf Twitch. Haha. Sag mal, das wird jetzt echt nochmal. Also, ich dachte ja, das wird jetzt ganz easy. Wir bringen das weg. Aber... Aber irgendwie so, mit Extrasternen macht das keinen Spaß. Weißt du, wie es sich noch viel besser fährt? Mit zwei kaputten Reifen. Wollt gerade sagen. Ohne Gummi auf den Felgen. Musst du mal ausprobieren. Das ist echt eine tolle Bereicherung. Nee, danke. Ist voll lieb von dir, aber ich verzichte. Ja, irgendwie... Oh, meine Sterne blinken. Ja, meine auch. Deswegen mach ich gerade ganz langsam auf den Berg. Das schmeckt mir gerade richtig. Hahaha. Hahaha. Nein. 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 Bleib stehen. Oh, fast hätte ich mich überschlagen, du. Jawohl, Sterne sind wieder weg. Wie gut. Oh, ich hab noch Sterne. Ich hab ja leicht das Gefühl, das Spiel will mich veralbern, ja. Das macht mit Absicht. Gibt mir das zweimal die Sterne zum Wegmachen. Ah, da kommt Kops. Nein. Nein. Ich würd ja sagen, du kannst bei mir einsteigen, aber das darfst du nur, wenn du keine Sterne mehr hast. Ja, aber ich bin eh am Arsch der Welt. Guck doch mal, wo ich bin. Ja, du bist halt schon weiter als ich. Ich hab noch 6,8 Kilometer. Ich hab noch 8,3. Ich bin halt erstmal weggefahren. Ich bin immer die Berge gefahren. Da ist ein Biertruck. Ich will den haben. Nö, nicht schon wieder. Kops. Geh mal Bier holen. Ich hab schon wieder Sterne. 1, 2 Sterne. So. Oh, ich hab keine Sterne mehr. Das war jetzt mal richtig flack, ey. Kurz, kurz, bevor ich die Kops gewinne. Au, 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 au. So. Oh, da ist ne Kirchen. Ja, ja, der ist gerade. Bei mir ist auch gerade einer despaunt, der mich hätte einfach aufdecken können. Ich klau mich jetzt ein Auto. Klausch du dich ein Auto? Ich klau mich ein Auto. Ein Porsche. Aber es gibt nichts besseres als das Mr. Bean ein Auto. Also außer mit dem Mr. Bean Auto fahren zu können. Naja, ich bin dann schneller wie du. Na, 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 na. Bald ist Nikolaus. Das geht jetzt nicht viel schneller. Was? Dieser Porsche, den ich da hab jetzt. Ja, ich bin jetzt bei 6,6 Kilometres. Aber ich will kein Auto klauen und krieg am Ende wieder Sterne. Das will ich nicht. Naja, du kriegst... Also ich hab keine Sterne bekommen. Ich quäl gerade das Mr. Bean Auto den Berg hoch. Ja, meins war kaputt. Oh Gott, du willst nicht wissen, wie das mit dem war. Aber ich bin jetzt gleich da, wo dein Auto steht. Ach so. Naja, ich hab schon gesehen, dass du schon da bist, beziehungsweise fast. Ja gut, dann, ähm, dann warte ich auf dich. Ich hab einen Fabrik, nur einen Porsche. Ja, ich hab hier auch gerade einen gesehen. Den hat mir so eine Büro... Ich hab doch keine Kratzer. ...so eine Büro-Tippse hergefahren. Nein, ich hol dich ab. Nein, brauchst du nicht. Ich bin so nett. Doch, ich bin so nett. Nein, nein, ehrlich, warte, ruf mich. Ich fahr gerade mit einem Wapp hier. Ich will hier auch mal zu sehen sein, nicht nur zu hören. Okay. Ey, der ist aber schick, du. Ja, ich hab doch gesagt, der ist schick. Guck mal, und jetzt zeige ich dir, was man mit so einem schicken Auto machen kann. Oh nein, ich... Och Mann, ich wollte da durch. Aber der Baum sagte, nein. Oh, ich wusste schon, dass du dann erst recht ein Taxi brauchst und du kommst fertig. Ja, wenn ich mit dem Auto fertig bin, dann weiß ich, woher ich die 2,3 Millionen aus dem Raubüberfall investiere, du. Naja, vielleicht mal. Vielleicht kaufe ich mir mal einen Krieger. Oder zwei. Naja. Ja, von 2,3 Millionen kann ich doch bestimmt auch 2,3 Krieger kaufen. Ja. Ja. Oh, guck mal, wir sind in den Weinbergen. So einen halben Oppressor vielleicht. Na, so einen halben... Der vorderische Ende, das die ganze Zeit rausschießt oder das hintere, das dampft? Ähm, eher das, was dampft. Naja, das... Ah, hinten. Passt besser zu dir und deinem Fahrzeug. Oh, hast du gesehen? Route 66 war das gerade. 66? Ja. Da muss ich jetzt mein Radius hinter wechseln. Ah, ne, 89 steht jetzt. Das ist schon wieder schlecht. Ach so, dann... Ey, das Auto lässt sich echt schnieke fahren, du. Aber wie weit muss ich denn laufen? Bis der mal die Gemälde hier jetzt abkauft, du. Ja gut, je weiter, desto mehr Gels gibt's. Ja schon, aber ich finde, der könnte mir entgegenkommen, damit ich ihm nicht in den Kopf schieße, oder? Na gut. Warum bist du eigentlich so gemein und fährst du mir davon? Weil ich ein besseres Auto habe. Echt? Ja. Du hast ein verbeulteres Auto, geh ich mal davon aus. Oh, es geht. Bisher habe ich nur hinten meine Rücklichter eingebüßt. Okay, und vorne links. Ja, linke Fahrerseite ist so ein bisschen... ein bisschen eingeschlagen. Ich habe noch gar keinen gerade so. Nicht? Noch gar keinen. Okay. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hast du jetzt ein paar Beulen? Nein. Ja gut, ich habe leider den Reifen auch nicht getroffen. Ähm, jetzt habe ich mich verfahren wegen dir. Ne, es passt doch alles, wir müssen doch nur da links runter. Ja. I know what you mean. Na ja, oder nicht? Guck mal, wir können hier runterfahren, da passiert nichts. Oh ja, das ist gut. Dann? Nein, 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 mein Auto. Oh, ich habe es noch geschafft. Nein, nein. Oh jawohl. Ich habe immer noch keinen Kratzer. Echt, da kommt man nicht rüber. Deine Schüsse, die sieht man gar nicht. Meine Scheibe sieht doch ganz aus. Ich gehe da jetzt zu Fuß runter, ist mir zu blöd. Hopp. Okay. Ich will nicht, dass der sieht, mit was für einem hässlichen Auto ich daher gefahren bin. Er ist da, er ist da. Na, 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 na. Aber du musst jetzt dann mein Auto bewerten, wenn ich unten bin. Okay. Wie es aussieht. Ja, komm mal gefahren. Mach es aber nicht kaputt. Ja, ja, komm, komm du mal gefahren. Okay, du kommst von da hinten. Na dann, komm doch mal gefahren. Shiggy. Hallo, ich habe Angst. Scheiße. Ich habe Angst, Totti. Ich habe schon wieder Sterne, weil ich auf dich geschossen habe. Nein. Oh, Gott sei Dank. Cutscene, Cutscene. Ja. Bitte schön, die Bilder sind für euch. Danke für das Geld. War schön. Raubüberfall, ob ich standen. Ey, ey, das stimmt mir nicht. Ich habe Platin gemacht. Ich müsste Platin sein. Wir sind nullmal gestorben. Guck mal, 800.000, ey, läuft. Ja, das ist so. Nicht entdeckt werden, schade. Jetzt kann ich mir einen halben Krieger kaufen. Insgesamt verdientes Geld. Ich würde sagen, Shiggy, nächstes Ziel ist, die Elite-Herausforderung abzuschließen. Nein, 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 die nächste, die ganz, das nächste Ziel, was ich so für uns mal... Den Diamanten-Klaube? Nein, so ganz still und leise, so wirklich still und leise. Ah, dann ist auch eine Idee. Das ist eine Idee. Also so wirklich, wirklich still und leise. So, nicht so, hallo, hier sind wir. Sondern so, so richtig so. Ja, aber dann, aber wenn ich Blähungen habe, dann, dann hören die mich. Ja, okay. Den Vorständen, wenn wir dann vortreten. Ja, okay. Trittst du mir einmal auf den Hals. Ich tritt dir einmal auf den Hals, sag dir, zählt die jetzt, aber ruhig. Ja, aber wisst ihr was, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Ich würde auch mal sagen. Oder schreibt Lester eine E-Mail. Wer hat's bei den Schnaps, oder? Läuft. Also. Wer hat's bei den Schnaps geklärt? Läuft. Freunde, dann haben wir es damit geschafft, ne? Drücke E, um Street Crimes zu spielen. Machen wir nicht. YouTube, tschüsschen. Tschüss, YouTube. Tschüss, YouTube. Tschüss, YouTube. Tschüss, YouTube. Tschüss, YouTube. Tschüss, YouTube. Vielen Dank.